Einen wundervollen guten Tag meine Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Vlog. Nein, heute möchte ich mal wieder euer Gehirn ein bisschen, ne, sprengen. Und dazu gibt es ein geiles kleines mathematisches Problem. Und ja, das nennt sich das Sleeping Beauty Problem. Und das beweist oder zumindest zeigt, dass ein Halb gleich ein Drittel sein kann. Das ist einfach nur kompletter Mindfuck, wie ich finde. Und ja, mir ist das Sleeping Beauty Problem aufgefallen, als ich ein Spiel gezockt habe. Das nennt sich Zero Escape. Wer gerade zu viel Zeit hat wegen Corona, der kann sich das gerne mal angucken. Das ist ein cooles Spiel. Aber will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Auf jeden Fall, das Sleeping Beauty Problem macht folgendes. Und zwar, wir haben eine schlafende Schönheit. Warum auch immer es eine Schönheit sein muss. Es geht eigentlich nur darum, dass sie schläft, okay? Wir versetzen sie in ein künstliches Koma. Und zwar mehrfach. Ob das jetzt gesund ist oder nicht, das ist ein anderes Thema. Aber folgendes passiert dann. Wir werfen eine Münze, wenn sie eingeschlafen ist. Und sie weiß alles darüber, okay? Sie weiß, wir werfen eine Münze. Und wenn diese Münze auf dem Kopf landet, dann wecken wir sie nur am Montag. Während wenn sie auf Zahl landet, wecken wir sie am Montag und am Dienstag. Und sie verliert immer ihr Gedächtnis, nachdem sie geweckt wurde. Das heißt, wenn sie am Dienstag geweckt wurde, weiß sie nicht, dass sie am Montag auch geweckt wurde. Weil sie wird ja an beiden Tagen geweckt, okay? So, und sie muss jetzt raten, welche, was wir geworfen haben mit der Münze. Und es ist ja eigentlich ganz klar, zu sagen, hey, die Sleeping Beauty würde immer Zahl sagen. Denn offensichtlich wird sie ja doppelt so häufig geweckt, wenn die Münze auf Zahl gefallen ist, als wenn die Münze auf Kopf gefallen ist, ja? Sie wird ja am Montag und am Dienstag geweckt, wenn es Zahl ist. Und nur am Montag geweckt, wenn es Kopf ist. So, und was dann passiert, ist natürlich folgendes. Sie wird immer Zahl sagen, weil natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass sie geweckt wird und dass sie Zahl gesagt hat, die ist einfach doppelt so hoch. Und wir können das Ganze sogar noch ein kleines bisschen manipulieren und sagen, wir wecken sie an Tag 1, wenn sie, wenn die Münze auf Kopf fällt. Wir wecken sie an Tag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bis hin zu einer Milliarde, okay? Wir nehmen an, dass sie ewig lebt. Für den Fall, dass es auf Zahl gefallen ist. Und dann sehen wir eigentlich, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie geweckt wird und dass sie dann Kopf sagt, dass die Wahrscheinlichkeit einfach quasi 0 ist, okay? Wenn man das wirklich so unendlich groß macht, dieses Problem. Und das ist so ein kleines mathematisches Experiment. Denn eigentlich hat die Sleeping Beauty ja alle Informationen, die es gibt, okay? Sie weiß alles darüber. Sie weiß, die Wahrscheinlichkeit, dass wir Kopf oder Zahl werfen, ist genau 50-50. Das ist eine faire Münze. Die Münze kann sie vorher testen, wie sie möchte. Und das Einzige, was jetzt eben passiert ist, sie wird halt geweckt und ihr Gedächtnis wird gelöscht. Sie hat vorher alle Informationen darüber und muss einfach nur erraten, was da eigentlich passiert. Und trotzdem würde sie an dem Montag, an dem ersten Tag, an dem sie geweckt wurde, würde sie zuallererst immer Zahl sagen. Weil die Wahrscheinlichkeit ist natürlich höher. Doch wenn wir jetzt sie verarschen und einfach gar nicht weiter sagen, dass es da Zahl ist, oder dass wir, also wenn wir quasi sie nicht, wenn wir jetzt den Dienstag und so weiter und so fort die ganzen anderen Tage einfach nicht mit reinberechnen, würde sie trotzdem sagen, es ist Zahl. Und tatsächlich, also mir ist erstmal dieses Rätsel so, hä, warum ist das jetzt ein Rätsel? Es ist eigentlich kein Rätsel für mich gewesen. Und tatsächlich streiten sich da immer noch die Mathematiker drüber, warum das jetzt so ist. Und, ähm, ja, manche Leute behaupten tatsächlich, die Wahrscheinlichkeit ist eigentlich ein Halb für beides, natürlich, weil wir ja eine faire Münze werfen. Und andere sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass die Münze auf Kopf fällt, ist nur noch ein Drittel. Und dass sie auf Zahl fällt, ist zwei Drittel. Und, ähm, ja, das fand ich relativ interessant, dass sich da selbst die Mathematiker nicht ganz einig sind, was da eigentlich so passiert. Ähm, schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich bin aber noch nicht fertig, möchte jetzt noch meine Meinung hier zum Besten geben. Und zwar, das Ganze ist eigentlich eine bedingte Wahrscheinlichkeit, denke ich, oder nicht? Also, ich meine, man hat ja eine faire Münze. Klar, dass diese Münze geworfen wird, ist einfach 50%, okay? Sie leiden 50% auf Kopf und 50% auf Zahl. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie, dass die Münze auf Kopf fällt und sie aufgeweckt wird, also Wahrscheinlichkeit P von Kopf und, ähm, und geweckt, die ist deutlich kleiner. Also, wenn wir das mit der unendlichen, ähm, mit der unendlichen Zeitreihe oder einer Milliarde machen, dann ist die Wahrscheinlichkeit nur 5 oder 0,5 mal 1 durch eine Milliarde, okay? Und damit ist sie natürlich verschwindend gering. So, und das ist natürlich jetzt eine ganz andere Herangehensweise, denn wir haben ja jetzt hier eine bedingte Wahrscheinlichkeit. Und deswegen sehe ich hier eigentlich das Sleeping Beauty Problem gar nicht so als dramatisch an. Ähm, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Vielleicht seht ihr das eher anders wie, naja, vielleicht andere Mathematiker, die hier tatsächlich behauptet haben, ähm, dass, ja, dass hier tatsächlich die Wahrscheinlichkeit ein Drittel ist, dass die Münze auf Kopf fällt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich hier was übersehen habe. Das heißt, dieses Video ist hauptsächlich dazu da, dass ich auch was lernen kann. Vielleicht habe ich hier auch was nicht ganz verstanden. Und ich bin natürlich sehr gespannt, was ihr dazu meint. Ja, das war's von meiner Seite eigentlich auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, sagt mir gerne Bescheid. Ich meine, dieser Vlog-Kanal ist ja quasi noch im Aufbau, komplett im Aufbau eigentlich. Und, äh, ich versorge euch hier mit irgendwelchen interessanten Dingen. Und, ja, ich lerne natürlich. Ich bin wie eine KI, okay? Äh, ich bin wie eine KI, die Daten sammelt, was euch gefällt. Und, äh, ihr gebt mir diese Daten, ja? Und ich produziere dann neuen Output. Und ihr dürft mir sagen, ob das geil ist. Ähm, wobei ich keine KI bin. Ich bin tatsächlich, glaube ich, zumindest ein Mensch. Darüber machen wir den nächsten Vlog. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.